Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fettig! Wir spielen heute wieder eine Runde Super Smash Bros. Und ich bin hier gerade am überlegen, wo ich hingehe. Deswegen bin ich schon mal so ein bisschen vorgelaufen. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal hier hin. Weil wir immer noch nicht wirklich was Effektives gefunden haben gegen diesen Donkey Kong Hammerwerf-Gedöns. Ne, nicht Hammerwerf. Diesen... Ah, wie heißt der? Diese Kugel, genau. Warum ich kriege ich ganz witzig damit? Polenallergie! Come on, Kuntin. Einfach immer wieder drauf gehören. So. Gehen wir mal hier lang, dachte ich mir. Okay, das können wir jetzt scheinbar wieder. Da ist irgend so ein Hebel. Keine Ahnung, was man damit macht. Ich dachte mir einfach nur, okay, gehen wir hier lang. Irgendwie eine Allergie gegen mich oder so. цен Ne. Okay. Alter, hat die irgendeine Altergie gegen mich? Fünf, vier, drei, zwei, eins, gewonnen! War das gerade in der letzten Sekunde, ja? War das stark. Stark, Freunde. Okay, gucken wir mal, was wir hier für einen Hebel umlegen können. Na, für die Dampf-Lock hier. Lockhebel. Braucht man aber noch einen Lock für, oder? Den haben wir noch nicht, Freunde. König DDD? Muss ich gegen kämpfen? Bereit? Los! Oh, oh, oh! So. So. Erledigen wir schnell. Easy Game, sagt man dazu. die vieren wird doch einfach nur gegen fucking vier sterne geist kämpfen ich würde die endlich freischalten ich habe noch mal jetzt aber nicht mehr so und ist ein vier sterne gast drei sterne wird doch nur vier sternen meine nase juckt ja 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 Oh, das ist okay. Fuck! Das war's für heute. Come on, flieg doch aus! Woher kommt der? Ah, ich hab'n Dings, ne? Ich hab'n Dings, drei Stück von denen. Nein! Oh, come on! Okay, nochmal, neuer Versuch. Oh, ja, ja, ja. Okay, ich hab'n Dings. Oh, ja, ja. No, ja, ja. Schuss 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 1, 2, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Ah, von wo kommt der her? Was? Er traut sich hoch und gibt mir. Unfassbar, ne? Ich will doch nur das Match hier kurz gewinnen, damit ich da wieder irgendwen freischalte. Ich weiß nicht mal wen. Bereit? Los! ! Ja! Ich weiß nicht. Los! Ja! Äh. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich werde hier einfach nur durchgereicht, vorne. Nein! Das hab ich gar nicht gesehen. Nein, da bin ich schon wieder da und das gibt's doch nicht. Come on! Das war's für heute. Das war's für heute. Come on, come on. Das war's für heute. Das war's für heute. So. Uiuiuiuiuiui. Wegen kämpfen wir denn jetzt. Schalk kämpfen wir jetzt. Ganz so gut. 8200 hat der Power. Schauen wir mal, was das gibt. Ich dachte eigentlich, der wär schon runtergefallen, aber ist er noch nicht. Ich hab's noch mal schnell gedreht und dann ne schöne verpasst. ein paar Lernjuwele gab's da auch wieder. Können wir eigentlich mal reingucken? Haben wir da irgendwas lernen können? Sowas wie... Keine Ahnung. Irgendwas. Wolland geht's hier? Das ist ne Kiste. Vier Sternegeist? Nein. Gucken wir mal. Rufen. Ich will vier Sternegeist haben. Ich kann mir keinen vier Sternegeist leisten. Warum? Nicht genügend Chips. Was? Was brauche ich denn da für Chips? Ich hab doch GP. 16.000. Warum hab ich nicht genügend? Ich hab doch genug. Okay. Wir haben immer noch keinen vier Sternegeist, ne? Halten wir mal fest. Ein paar drei Sterne. Und der ist nicht? Machen wir mal den kurz hoch. Ich glaube, der bringt es. Feuer und Explosionsabwehr. Das ist ja quasi eine Explosion, oder? Würde ich so spontan sagen. Aber ich wollte auch in Wissensform gucken. 64 haben wir. Der sieht gut aus. Was ist das? Okay. Dann würde ich sagen, schauen wir da einfach nochmal vorbei. Ich weiß, ich hab keine wirklich besseren Geister als vorher, aber was soll ich machen? Ganz ehrlich. So. Funky Kong. Hier war gerade einer. Feuer, Explosionsabwehr. Mit allem drum und dran hat der einfach 9800 Kraner. Läuft. Wir machen jetzt nur eins und dann probieren wir gleich weiter. Das war jetzt irgendwo ein Scheitern oder so. Es war jetzt immer so eine Schmerz. Ja. Okay. Ja, wir haben gescheitert. Ah, eins geht noch. Die Zeit drängt noch nicht so sehr. Ihr kennt mich, ne? Eins geht noch. Und dann so fünf Stunden später eins geht noch. Ei, ei, ei. Wenn das Video übrigens öffentlich ist, sollte wahrscheinlich der Silvester-Livestream noch oder schon laufen. Gleich, gleich angehen. Nein, er sollte schon laufen. Könnt ihr gerne reingucken, dann gibt es ein paar Gewinner auch, die sonst nett sind vielleicht. Ein oder andere für euch. Was? Ich war doch noch in der Rakete. Wie kann mich so ein Kugel-Willi treffen, wenn ich selber einer bin? Come on. Die Unverdienter. Ich habe jetzt einfach kommentarlos noch eins angefangen, ne? Okay, Freunde, das wird so nix. Ich muss mir irgendwas anderes überlegen. Ähm, ich würde jetzt aber sagen, wenn es euch erstmal gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, ne? Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch gerne bei meinen anderen Videos vorbei. Bis dahin, haut rein. Ciao.